Moin ihr Alunken, mein Name ist Endenburg und heute gibt es ein übrigens gesponsortes Update-Video rund um das MMO Swords of Legends Online. Link zum Spiel wie immer in der Beschreibung. Der Titel erschien bei uns ursprünglich im Sommer letzten Jahres und bekam von mir zum Release natürlich auch ein 10-Minuten-Video spendiert. Grundsätzlich handelt es sich bei Solo, wie ich es von hier an aus Kompaktheitsgründen nennen werde, um ein MMORPG mit asiatischem Setting, aber weniger mit asiatischen Systemen. So kam das Spiel ohne Genderlog, ohne Random-Upgrade-Shint Looterei oder Pay-to-Win-Shop auf den Markt. Stattdessen setzte man auf ein Buy-to-Play-System in Kombination mit einem rein kosmetischen Shop. Für mich waren und sind insbesondere das Gameplay, das sowohl als Action-Combat als auch als Tab-Target möglich ist, sowie die Grafik die beiden großen Stärken des MMOs. Nun gab es jüngst allerdings ein fettes Update in Form der Firestone-Legacy-Erweiterung. Diese bringt nicht nur ein neues Maximallevel, neue Klassen und zahlreiche neue Inhalte, sondern vor allem eine Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell mit. Damit einher geht natürlich immer die Hoffnung, die Spielerzahlen deutlich in die Höhe zu schrauben. Welche neuen Inhalte konkret in der Firestone-Legacy drinstecken und wie mein Fazit nach meiner Rückkehr zu Solo aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Wir beginnen mit der Frage, die sich bei einer solchen Umstellung naturgemäß stellt. Was verändert sich im Bereich der Monetarisierung? Dankbarerweise lautet die Antwort hier gar nichts, denn der Shop soll auch nach dem Free-to-Play-Switch ein komplett kosmetischer bleiben. Das Versprechen eines Shops ohne Bezahlvorteile war ja seit Release gehalten worden und daran soll sich schönerweise nichts ändern. Diejenigen übrigens, die sich das Spiel gekauft haben, erhalten fairerweise kosmetische Rewards als Kompensation für ihre Ausgabe. Kommen wir nun zu den neuen Inhalten. Da wären zunächst die beiden neuen Klassen Fuchsmagier und Krieger. Hier gibt es leider, vermutlich vor allem für westliche Spieler, einen großen Dämpfer, denn die neuen Ausrichtungen bringen einen Gender-Log mit. Wer meinen Kanal schon eine Weile kennt, der weiß ja, dass ich diesem Konzept extrem kritisch gegenüberstehe und im Falle von Solo ist es besonders bedauerlich, dass nun ein Gender-Log im Spiel ist, denn zum Release gab es keinen, da waren alle Klassen mit beiden Geschlechtern spielbar. Wer jetzt also die Fuchsmagierin spielen will, muss das als kleines Mädchen tun, ob er will oder nicht. Schade. Beim Blick hinter die Kulisse einer magiebegabten Wendy-Abonnentin, gibt's die Wendy eigentlich noch oder bin ich einfach alt? Offenbart sich jedenfalls ein spaßiger Spielstil. Als Spezialisierungen stehen Fernkämpfer oder Heiler, der mit HOTS, also Healing over Time arbeitet, bereit. Die Klassenressourcen, mit denen ich hier hantiere, sind zum einen die sogenannte Duftenergie, zugegeben es sind bedrohlicher klingende Namen vorstellbar. Jene Energie jedenfalls benötige ich zum Ausführen spezieller starker Fähigkeiten. Darüber hinaus arbeitet die Fuchsmagierin mit roten und blauen Haltungen, zwischen denen sie wechseln kann und damit Zugriff auf unterschiedliche Moves bekommt. Zudem kann sie sich in einen kleinen Fuchs verwandeln, der wohl die im Internet zeitgeläufige Bezeichnung Small verdient. Als ausgebildeter Sprachwissenschaftler prangere ich die falsche Rechtschreibung entschieden an. Als Fuchs kann ich übrigens die Schulter eines Gruppenmitgliedes als gratis Uber-Option missbrauchen und die Sonnenseite des Lebens genießen. Und Kuchen für die Mates backen kann ich auch. Das Wichtigste aber sind natürlich die Combat-Skills. Hier kann ich die Identität eines Nicht-Elite-Monsters raubkopieren und es anschließend schamlos für meine niederen Gold- und XP-fokussierten Zwecke in den Kampf schicken. Viele meiner Fernkampffähigkeiten haben zudem Crowd-Control-Effekte wie Slows, Verwirrungen oder Verwurzelungen. Rein optisch bewegt sich die Fuchsmagierin in einem doch recht pinken Bereich voller Blumen und Blüten, also was für knallharte Kerle. Nicht jedermanns Geschmack, aber andererseits, wer kann zu diesem Fratz schon Nein sagen. Eine perfekte Überleitung zu diesem Fratz dehnt ich sicherlich auch als, oh warte, da ist ja wieder der Gender-Lock. Denn auch die zweite neue Klasse, der Krieger, kommt ohne Wahlfreiheit des Geschlechts, dafür in Gestalt zweier Unterklassen daher. Zum einen ist da die Geistkriegerin, die ebenfalls wieder nur als Mädchen gespielt werden kann. Hier darf ich zwischen den Ausrichtungen Nahkampf-Fernkampf-Hybrid und Tank wählen und mit einer Ressource namens Jade arbeiten, die ich klassischerweise wieder aufbauen und dann für wuchtige Attacken verbraten kann. Darüber hinaus kann ich die Haltung Jade-Klinge einnehmen, das ist dieses gülden leuchtende Schwert, und auf diese Weise meine Skills verstärken. Das mehrschichtige Ressourcensystem in Solo ist grundsätzlich ein Stück komplexer als in vielen anderen MMOs. Als Geistkriegerin jedenfalls bin ich zudem in der Lage, einen Jade-Armboss zu beschwören, mit dem meine Gruppenfreunde dann ihre Ausrüstung schleifen und somit vor dem Verfall bewahren können. Gerne ein Silberstück in die Kaffeekasse dafür. Hinsichtlich des Combats hinterlässt die Geistkriegerin beim Schwung ihrer Klingen ein überaus hübsches, blau-goldenes Muster und hat eine ganze Menge spaßiger Skills im Angebot. Darunter der klassische Garen Spin-to-Win-Move. Achja, falls das bis zu diesem Punkt noch nicht klar geworden ist, ich habe natürlich immer die Damage-Dealer-Ausrichtungen der neuen Klassen probiert. Zu den Tank- oder Heiler-Specs kann ich dementsprechend nicht viel sagen. Könnt ihr ja bei Bedarf selber testen, ist er jetzt Free-to-Play. Meine Lieblingsfähigkeit der Geistkriegerin ist übrigens der Maulwurf, bei deren Ausführung ich mich durch den Untergrund grabe wie ein Rotomurf und dabei weniger Schaden kassiere sowie immun gegen Kontrolleffekte bin. In meinen Augen ist die Geistkriegerin die spaßigste und am besten designte Klasse der neuen Ausrichtungen, denn von den Animationen über die geschmeidige Rotation bis zu den individuellen Skills hat sie mir persönlich hier am besten gefallen. Zuletzt wäre da noch ihr deutlich älterer Bruder, der Kristallkrieger. Auch hier ist wieder der Gender-Log vertreten, ich kann nur als Mann spielen und mich für die Specs Nahkampf oder Tank entscheiden. Dem Kristallkrieger stehen die Ressourcen Seelensteine und 1000 Prüfungen sowie eine sich ebenfalls wieder verfärbende Klinge bereit, die spezielle Skills boostet. Visuell sieht man die Verwandtschaft zur Geistkriegerin an den blaugoldenen Fähigkeiten auf den ersten Blick, allerdings sind Spielstil und Fähigkeiten, zumindest beim Anspielen, für meinen Geschmack nicht ganz so überzeugend wie bei der anderen Subklasse. Sicherlich aber eine Frage der persönlichen Präferenzen. Genug jedoch von den neuen Klassen, kommen wir zu den anderen neuen Features der Erweiterung. Da wäre zunächst das neue Maximal-Level Visor, das ich nach dem 9. Semester als Student annehmen kann. Regelstudienzeit also leicht überschritten, wer kennt's nicht. Für alle, die das Level-System in Solo nicht auf dem Schirm haben, hier level ich nicht von 1 bis 60, sondern von Anfänger 1 auf Anfänger 36, von da an dann auf Student 1 und nun also von Student 9 auf Weiser 1. Bisschen verwirrend, aber man kommt rein. Das neue Maximal-Level erreiche ich über verschiedene Aufträge, die mich unter anderem in die neuen Gebiete schicken, von denen es insgesamt fünf gibt. Schwertgipfel, Changhe-Berg, ich hoffe das wird ansatzweise so ausgesprochen, Changfu-Garten, die fantastisch aussehende Langkwan-Brücke und das Paradies der schneidenden Blüten, das gleichzeitig als Startgebiet der neuen Klassen fungiert und außerdem noch einmal eindrucksvoll zur Schau stellt, was Solo auf optischer Ebene so drauf hat. Im Laufe des Levels erhalte ich übrigens praktischerweise sehr zügig ein Set mit 150er-Gier und peu à peu auch 165er-Stücke, womit ich im neuen Content gut klarkomme und auch Wiederkehrer wie ich einen leichteren Einstieg haben und nicht erst einmal eine ganze Weile auf Uschnuss kriegen. Wenig überraschend wird mit Firestone Legacy auch die Hauptgeschichte fortgeführt und um zwei neue Kapitel erweitert. Zudem gibt es insgesamt fünf neue Dungeons sowie zwei Raids, die allerdings noch nicht alle zum Start der Expansion im Spiel sind, sondern teils nach und nach veröffentlicht werden. Zeit also, sich in einen der neuen Dungeons zu schmeißen und dafür wähle ich das Feuersteintraumgrab. Hier erwartet mich eine Gruppengröße von zehn Leuten, wodurch die Übersichtlichkeit in den Fights mitunter wie diese Wo-ist-Waldo-Bilder gestaltet ist. Leider fällt auch die Performance nicht immer optimal aus. Zwar ist durchaus auch eine Größe von fünf Personen in den Dungeons möglich, aber bei meinen Random Instanzen waren wir stets zu zehnt. Zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad normal, der auch für Frischlinge wie mich gut absolvierbar ist. Zudem gibt es während der Dungeons immer mal wieder Cinematics mit Story-Einlagen, so wie hier mit den Kollegen Blut am Mund und Rotauge. Weil ich mir die Cutscene angeguckt habe, anstatt zu skippen, stehe ich nun im Anschluss alleine ohne Gruppe da und habe keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Ein echter MMO-Klassiker. Im zweiten neuen Dungeon, der Grotte der Follnis, werde ich nun Zeuge des Umstandes, dass auch in Solo Ready-Checks und Pull-Timer existieren. Wobei sich die Frage stellt, warum sowas in MMOs überhaupt noch genutzt wird, wenn sich eh immer mindestens einer nicht dran hält. MMO-Klassiker Nr. 2. Die letzte neue Instanz, die ich getestet habe, ist das Labyrinth des Himmelstors. Mein Favorit unter den neuen Dungeons, vor allem wegen dem Open-Air-Setting, das ich mir grundsätzlich häufiger in MMOs wünschen würde. Wer will schon immer durch irgendwelche Höhlen, Katakomben oder Ruinen latschen? Mehr Mut zu Sonnenlicht, please. Um an dieser Stelle mal ein kleines Fazit zu wagen, kann ich jedem empfehlen, mit dem neuesten Update und der Free-to-Play-Umstellung mal in Solo reinzuschauen. Schon bei meinem ersten Video im Sommer letzten Jahres, das ihr übrigens natürlich gerne nachholen könnt und in der Endcard verlinkt ist, war ich durchaus angetan vom MMO. Wie gesagt, vor allem aufgrund des Combats und der Spielwelt, weniger überzeugt bin ich hingegen vom grausamen Skill-UI. Da sehe ich noch Luft nach oben. Nun, da Solo-Free-to-Play ist, gehört es aber sicherlich zu den besten und hochwertigsten Optionen auf dem Markt, gerade im Hinblick auf den rein kosmetischen In-Game-Shop. Habt ihr schon mal in Swords of Legends reingeschaut oder nach dem Video Lust bekommen? Schreibt mir gerne eure Meinungen in die Kommentare und hinterlasst vor allem einen Daumen und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Beides hilft massiv und sorgt für neuen Content für euch. Danke fürs Zusehen, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video, euer Endenburger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. I just changed it. I am Z ganz buff.